Der letzte Stream im Ramadan, ja, richtig, aber es soll nicht der letzte Stream überhaupt bleiben. Also wir wollen inshallah auch, wenn du am Start bist Bruder, jetzt weiterhin streamen über andere Thematiken, Dinge die wir vielleicht noch nicht gemacht haben, aber da sind wir immer etwas spontan und lasst uns die Dinge mal etwas offen. Ja, sparen wir mal, ja genau. Aber gut, heute der letzte und vierte Teil, der Sinn einer Ehe, der letzte Stream im Ramadan und ich würde einfach sagen, beginnen wir. Dieses freiheitliche Ausleben hat dazu geführt, dass die Sinnhaftigkeit einer Ehe aufgehoben wurde. Warum also heiraten, wenn man sowieso außerhalb einer Ehe alles machen kann? Hinzu kommt, dass man die Ehe als eine finanzielle Last betrachtet. Man muss dann nicht mehr Verantwortung für sich, sondern auch für den Partner tragen. Umso wichtiger ist es, dass wir den Sinn und die Wichtigkeit einer Ehe verstehen und die Islam schütteln. Ich würde hier direkt einen Cut schon machen, Achille, was der Bruder, der zwar dabei ist, aber nicht am Stream teilen, eigentlich hier ganz schön gesagt hat. Umso wichtiger ist es, dass wir den Sinn und die Wichtigkeit einer Ehe verstehen. Es ist so, liebe Geschwister, es ist nicht nur bei euch, es war auch bei vielen bei uns so, in unseren Umkreisen, teilweise auch bei uns selbst, bevor wir uns mit der Thematik etwas vertrauter gemacht haben, dass man grundsätzlich, bevor man geheiratet hat oder verheiratet geworden ist oder wie man das auch so im Deutschen sagt, eine ganz andere Vorstellung von der Ehe hatte. Vielleicht nicht ganz anders, vielleicht nur teil, liebe ich, vielleicht auch wirklich komplett anders. Es ist verschieden. Bei vielen ist es so, dass die Ehe, wie sie sich vorstellen, nicht aus ihrer Erziehung oder aus dem Islam kommt, sondern aus Hollywood-Filmen oder aus Netflix oder ähnliches. Das heißt, was stellt man sich vor? Man stellt sich vor, okay, ich heirate, morgen bin ich erstmal für zwei Wochen in Dubai und lasse es mir richtig schön gehen. Richtig, die Flitterwochen dürfen nicht fehlen. Die Flitterwochen dürfen nicht fehlen. Das wollen wir gar nicht schlecht reden. Darum geht es auch gar nicht. Des Weiteren stellt man sich vor, das Leben läuft 1A. Es gibt keine Eheprobleme. Es gibt keinen Streit. Ich habe dieselben Interessen wie meine zukünftige Frau und meine zukünftige Frau hat dieselben Interessen wie ich. Für die Schwestern wäre es jetzt umgekehrt. Sie würden sagen, mein zukünftiger Ehemann hat dieselben Interessen für ich und umgekehrt genauso. Das bezieht sich auf beiden Jahren. Es gibt Überlieferungen, dass der Prophet mit seinen Ehefrauen aneinander geraten ist. Dass der Prophet sogar von zu Hause rausgegangen ist und mal Ruhe haben wollte für sich. Sogar diese Überlieferungen gibt es. Es geht nicht einfach nur um diese Vorstellung, Friede, Feuer, Eierkuchen, alles ist toll, alles ist wundervoll und mein Leben wird jetzt einfach nur aus dieser rosa-roten Brille betrachtet. Sondern Ehe ist in erster Linie Verantwortung. Und wer das nicht versteht, der wird nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder vielleicht nach zwei Jahren irgendwie dann in seiner Ehe vor so einem Scherbenhaufen stehen. Dieser Gedanke von, wenn es nicht passt, dann kann ich mir auch draußen holen, was ich möchte. Also ich weiß gerade nicht, wie ich das umschreiben soll, aber inshallah, jeder versteht, was ich meine. Und dieser Gedanke ist sehr traurig. Dieser Gedanke ist ein Gedanke, der der Islam, also der Islam kennt diesen Gedanken nicht. Und das ist, wenn man die Ehe rein auf den Spaß und die Liebe beschränkt. Weil dann ist man enttäuscht, wenn diese Liebe vielleicht nicht mehr da ist, dieser ganze Spaß nicht mehr da ist. Und dann möchte man wieder diesen neuen Kick, diese neue Liebe, diesen neuen Spaß und betrügt seinen Ehepartner. Und der Islam kennt dieses Konzept nicht. Es gibt diese eine schöne Überlieferung von Amar, als ein Mann zu ihm kam und meinte, ja Amar, ich möchte mich scheiden lassen, sinngemäß. Und er gefragt hat, warum? Und er sagte dann, ja, ich liebe sie nicht mehr. Und was hat Amar darauf geantwortet? Er sagte nicht, ja ist okay, dann ist es verständlich. Du liebst ihn nicht mehr, gar kein Problem. Mach Talak, warte drei Monate oder jetzt sogar schon. Nein, was hat er gesagt? Muss jedes Haus etwa auf Liebe aufgebaut sein? Gibt es nicht nur Respekt? Gibt es nicht auch noch Respekt und Fürsorge? Deine Frau war jung und hübsch und nachdem sie Kinder gebärt hat und die Kinder großgezogen hat und vielleicht an ihrer Schönheit verloren hat, da willst du sie stehen lassen? Und wenn sie keine Kinder dir großgezogen hat, sondern immer versucht hat, für dich da zu sein, dann bist du irgendwann unzufrieden, weil sie dir keine Kinder geschenkt hat? Was ist das für eine Einstellung? In der Ehe geht es nicht nur um Liebe und um all das. Es geht vielmehr um Verantwortung. Und das hat Amar dann hier klar gemacht. Hier schreibt einer, ich bin in einer unehelichen Beziehung. Wie komme ich da raus? Ich habe keine Freunde. Also lieber Bruder, also liebe Schwester, lieber Bruder, ich kann das jetzt nicht gerade aus dem Namen identifizieren. Natürlich kann man die Sache rein objektiv oder subjektiv betrachten, dass man sagt, okay, mach einfach Schluss, mach Tauber und kehre zu Allah zurück. Die Frage sollte aber vielmehr lauten für dich selbst, jeder für sich selbst. Ich möchte hier keine Person einzeln ansprechen, aber jeder, der wirklich in so einer Situation steckt, dass er sich den Gedanken macht, wie bin ich da reingekommen? Was war der Auslöser dafür, dass ich mich darauf eingelassen habe? Sich bewusst werden, dass man von Allah, seiner einzigen Schöpfer stammt, dass man sich bewusst wird, dass der Islam die Wahrheit ist, dass man sich bewusst wird, dass man zu Allah wieder zurückkehren wird. Das sind alles Ansätze, die dazu führen können, dass du wieder dich besinnst, dass du weißt, okay, Allah hat doch vorgeschrieben, wie ich mit einer Frau zusammenkomme. Allah hat doch vorgeschrieben, wie ich eine Beziehung eingehe, in welchem Rahmen, wie muss der Weg sein und so weiter und so fort. Das wäre jetzt mal so ein Thema für sich, deswegen möchte ich gar nicht so tief rein. Aber ich wollte diese Frage auch nicht unkommentiert lassen, weil die schon sehr wichtig ist. Natürlich ist der Zustand schlecht, ich will das gar nicht gut reden, aber natürlich ist Zeug von Mut, dass man sich wirklich seinen eigenen Problemen stellt oder versucht auch eine Lösung dafür zu finden. Wie gesagt, Lacher, die Person hat da nochmal ein bisschen weiter oben geschrieben, wie soll ich das machen, ich möchte der Person ja nicht wehtun oder ich will der Person nicht wehtun, so ungefähr. Ich will vielleicht ein Beispiel geben, wenn du ein kleines Geschwisterchen hast oder wer auch immer kleine Geschwister hat oder ein Kind hat oder dergleichen und wenn man zum Arzt geht und das Kind die erste Spritze, die erste Spritze, sag ich mal, bekommen hat, das Kind hat geweint, das Kind wollte es nicht. Aber weil du weißt, was das Beste für das Kind ist, lässt du zu bzw. sorgst sogar dafür, du gehst zum Arzt und du weißt, es wird dem Kind nicht gefallen, aber sorgst dafür, dass es gespritzt wird. Ja. Und genauso ist es hier, wenn du diesen Menschen oder wenn ihr beide euch irgendwo wichtig seid, dann entweder macht Nikah und heiratet islamisch, damit ihr Allah subhanahu wa ta'ala's Zorn nicht auf euch zieht. Aber wenn das aus welchem Grund noch immer keine Alternative ist, aber dennoch Emotion und Liebe im Spiel ist, dann sei so reif und weitsichtig wie der Elternteil für sein Kind oder der ältere Bruder für sein kleines Geschwisterchen und wisse, den Schmerz, den du ihn hier antust, indem du ihn verlässt, wird nichts dagegen sein, welcher Schmerz euch treffen wird am jüngsten Tag, wenn ihr vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werdet und er euch zur Rechenschaft ziehen werdet dafür. Dann würdet ihr euch wünschen, dass ihr diese Beziehung hättet aufgelöst. Und das darf man nicht vergessen. Egal wie hart hier diese Trennung sein mag und wie viele schlaflose Nächte man danach hat und wie oft man das Gefühl hat, man hat etwas vermisst und etwas aufgegeben, der Schmerz an Yawm al-Qiyam am jüngsten Tag wird bei Allah schlimmer sein. Es wird schlimmer sein. Vergesst das niemals. Habt diese Weitsicht. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, es gibt nichts wie die Ehe für zwei Menschen, die einander lieben. Subhanah. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat das selbst gesagt und auch der Bruder im Video hat es davor schon beschrieben. Es ist nichts Verwerfliches daran, Gefühle für das andere Geschlecht zu entwickeln. Das ist normal. Richtig, es ist normal. Es gehört zum Menschen dazu. Ob man will oder nicht, es werden Gefühle irgendwann entstehen. Ja. Frühestens ab der Pubertät, spätestens ist kein Limit gesetzt. Kann immer und immer wieder entstehen. Also das ist was ganz Normales. Was aber hier wirklich primär beachtet werden muss, ist, dass man wirklich den Rahmen einhält, den Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Ähm, genau. Also festhalten ist zu sagen, bevor man sich, oder bevor du dich in eine Ehe stürzen möchtest, führe dir immer vor Augen, was für eine große Entscheidung diese Angelegenheit für dein Leben darstellt. Mhm. Die Wahl deines Ehepartners ist immens. Aber es geht nicht nur darum, wie der Gegenüber ist und dann diese Passagen oder diese Aussagen wie, ja, ich will, dass er mich zum Fajid weckt oder dergleichen. Nein, 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 nein. Zum Fajid sollst du auch selber aufstehen. Das hat nichts mit deinem Ehepartner oder kommenden Ehepartner zu tun. Diese Ehe bringt eine große Verantwortung mit sich. Sei dich dieser Verantwortung bewusst. Folge 1 Begegnet Bis zum Fajid